Wie funktionieren die Checklisten, die ausfüllbaren PDFs ab der Version 24 in der Kalkulation grundsätzlich? Wichtig ist, die Dokumente, die wir Ihnen mit der Version ausliefern, über das Handbuch, über den VI-Manager, sind Beispiele, die aus den Branchenmodellen der Version 24 erzeugt worden sind. Wichtig, die Dokumente für diese PDFs sind VI-Report-Vorlagen. Diese VI-Report-Vorlagen werden bei Ihnen installiert, auch dann, wenn Sie schon mit einer Version vor der Version 24 gearbeitet haben. Was nicht passiert ist, dass wenn Sie nicht komplett neu installieren, sondern eine Update-Installation durchführen, dass Sie die neue, Anführungszeichen, Branchen-Kalkulation bekommen. Das heißt also, diese Dokumente sind zwar auf Ihrem Rechner, sind aber bei Ihnen in der Kalkulation nicht eingebunden. Wenn es jetzt so ist, dass Sie sagen, wir haben mit der Kalkulation bisher eh noch nichts gemacht, das ist gut, bitte die Kalkulation einmal komplett neu installieren, dann sind die Dokumente auch eingebunden. Wenn Sie sagen, nein, nein, wir haben eine eingebundene Kalkulation, dann würde es bedeuten, dass Sie die Textdokumente für VI-Report draufhaben, aber dass Sie diese eben einmal in die Oberfläche verbinden dürfen. So, wir haben hier erst mal eins. Wir haben das Branchenmodell massiv bei einmal in der Masterkalkulation geöffnet und ich gehe einmal auf Ausgaben pflegen. So sieht das neue Branchenmodell aus. Und das, was wir dort haben, ist Checkliste-Angebot. Und Sie sehen, das verknüpfte Dokument heißt hier Checkliste-Angebot massivo. Wenn ich auf Vorlage bearbeiten gehe, wird die entsprechende Vorlage geöffnet. Branchenmodell Holz, selbe Struktur. Dort ist es allerdings so, dass diese Vorlage Checkliste-Angebot Holzner heißt. Und wenn es bei Ihnen so ist, dass Sie das nicht in der Oberfläche haben und Sie eben einmal genau das tun, was ich hier gemacht habe, sprich auf den entsprechenden gelben Ordner hier gehen für öffnen, dann finden Sie eben alle Textdokumente, die dort vorhanden sind. Und das, was Sie dann tun müssten, wäre eins. Sie müssten, ich mache das einmal als Muster, hier einen neuen Eintrag anlegen und würden dort dann die entsprechende Checkliste einmal dahinterlegen. Und okay, natürlich, Sie wissen, Sie müssen es freigeben. Angebot wäre der Bereich, in dem das Ganze klassifiziert wird. Ich störe es bei mir nochmal, weil ich habe es ja entsprechend hier mit Checkliste-Angebot schon hinterlegt. Das heißt also, das ist alles das, was Sie tun müssten, Anführungszeichen, damit das Ganze überhaupt erst mal bei Ihnen in der Kalkulation verfügbar wird. Wenn wir jetzt einmal in Vorlage bei Arbeiten reingehen, dann ist es so, dass wir klassisch in der neuen Version von Fairey Report sind. Bitte Achtung, können Sie sich gerne entsprechend nochmal das Video anschauen. Das heißt also, hier gibt es jetzt Formularfelder und so weiter und so fort mit der neuen Version und auch eine neue Oberfläche. Ich erwähne es deswegen, weil bestimmte Felder, zum Beispiel eben hier die Datumsfelder oder die Felder für den Bearbeiter oder die Felder für Bauherrn oder die Felder für die Ausbaustufen oder aber auch die ganzen zusätzlichen Informationsfelder, die hier in der Checkliste hinterlegt sind, sind Formularfelder und werden eben auch über diese Funktionalität entsprechend eingebunden. Das bedeutet also auch hier, diese Auswahl für die Ausbaustufen ist etwas, was wir nicht aus der Kalkulation exportieren und wieder einlesen. Das hat für alle diejenigen, die sich mit der Kalkulation ein bisschen beschäftigt haben und das setze ich voraus, wenn Sie sich dieses Video anschauen. Wir haben dort, was Ausbaustufen, Eigenleistungs-Leistungspakete angeht, eine ganze Menge an Querabhängigkeiten. Was lassen wir zu, was lassen wir nicht zu? Und das jetzt in Anführungszeichen nur PDF nach außen geführt, würde diese ganze Intelligenz entsprechend vernichten, nicht möglich machen. Deswegen haben wir gesagt, das sind ganz normale Listenfelder. Sie sehen ein neues Listen-Element hinzufügen. Dann hätten Sie die nächste Ausbaustufe. Doppelklick, wenn es bei Ihnen eben nicht schlüsselfertig hieße, sondern anders. Und damit hätten Sie diese Information, wenn Sie das Dokument haben, eben in Form eines Datenfeldes drin, was nicht eingelesen wird. Das ist ja in der Einstellung dann in der Oberfläche ein oder zwei Klicks. Wenn wir dann ein Stückchen weiter tiefer gehen, finden wir entsprechende Überschriften, die einfach gestaltet sind. Die haben dann eine entsprechende farbige Hinterlegung der Bereichsüberschrift. Dann haben wir Texte. Dann haben wir irgendwo Tabulatoren. Und dann geht das Ganze eben mit entsprechenden Variablen los. Und wenn wir links einmal auf die Datenfelder gucken, ich ziehe Ihnen das hier einmal ein wenig größer. Dann ist es so, dass wir hier einen Bereich haben, Felder für ausfüllbare PDFs. Dieser Bereich ist neu und genau das ist es. Das heißt also, wir haben hier zum einen die kompletten Inhalte der Sonderausstattung. Bedeutet also, wenn Sie das einmal kurz gegenprüfen.